Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei GOL TV. Haben Sie Lust auf Überraschungen? Haben Sie Lust auf tolle Produkte? Und vor allem haben Sie Lust auf Schnäppchen? Dann sind Sie hier genau richtig in der 5 Euro Überraschungsshow. Jedes Produkt, eine Überraschung für uns Moderatoren, ist das Einzige, was wir wissen. Jedes Produkt kostet Sie gerade mal 5 Euro. Sie haben richtig gehört, egal was Sie sehen, Sie sollten unbedingt schnell sein und zuschlagen. Und was wir heute für Sie alles vorbereitet haben, bleibt eine Überraschung, bis wir dann natürlich den roten Wasser drücken. Und Kati sitzt neben mir. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Sie sind genau so gespannt wie wir. Hier kommt das 1. Produkt. Diana ist auch mit dabei heute, liebe Zuschauer. Wir schauen mal, was wir da für Sie haben. Produkte, die normalerweise wesentlich mehr kosten. Und das ist jetzt für Sie ein Rucksack. Ein Rucksack. Das ist ein riesengroßer Rucksack, den wir jagen. Sieht gar nicht so groß aus, sondern der ist natürlich hier erst mal ganz, ganz klein. Der ist faltbar. Und den kann man dann direkt auseinanderfalten. Also hier, zack, auseinanderfalten. Und dann wird das ein riesen... Oh, das ist ein Rucksack, liebe Zuschauer. Ja, das ist jetzt kein 5-Euro-Produkt mehr für Sie. Nein, das haben wir jetzt als 4-Euro-Produkt. Für die Zuschauer, die es noch nie erlebt haben, in jeder Sendung kann der Preisalarm auftreten. Da wird das Produkt dann nochmals reduziert. Und diesen tollen Rucksack, diesen faltbaren Rucksack, 15 Liter Fassungsvolumen hat der. Der ist nur 160 Gramm leicht, muss man sagen. Cool. Der wasserabweisend extra nochmal beschichtet in diesem schicken Schwarz. Den haben wir jetzt nicht für 5 Euro, sondern für 4 dank des Preisalarms. Also man kennt das ja von diesen Einkaufsbeuteln, dass man die ganz klein zusammenfaltet und dann mitnehmen kann. Die nehmen nicht viel Platz weg, aber in Form eines Rucksackes habe ich das noch nirgendwo gesehen. Ah, das ist ja toll, oder? 4 Euro. Das heißt, den kann man zum Wandern nehmen, zum Fahrrad fahren, aber gerne auch zum Einkaufen. Denn die Einkäufe auf dem Rücken sind wesentlich leichter, als wenn ich die immer schleppen muss, links und rechts. Ah, toll. Und gucken Sie mal, wie robust der hier auch ist. Viele Taschen und das für 4 Euro. Genial, oder? Ja, schön gestaltet in Schwarz mit diesem tollen Zwei-Wege-Reißverschluss hier auch. Also kann man von beiden Seiten dann aufmachen. Dadurch, dass man hier zwei Reißverschlüsse hat, Sie sehen das. Also toll zum Öffnen. Sehr schick gemacht. Innen dann auch noch hier, also schön mit der Tasche. Und wenn man die nicht braucht, einfach dann wieder zusammen machen. Wasser abweisen für Tagestouren, Wandern, Fahrradtouren. Wie du gesagt hast, Einkäufe, Städtetrips. Wenn man zwischendurch vielleicht auch mal eine Kleinigkeit einkauft und dann plötzlich einen Rucksack braucht, hat man den hier fantastisch mit dabei. Ja, 15 Meter. Schau mal, der kann die Box mit rein. Zack. Und hier, schauen Sie mal, wie toll diese tollen Träger gemacht sind. Die sind extra noch mal hier so verstärkt. So ein bisschen gepolstert auch noch mal. Ganz schick gemacht. Aus so einem tollen Mesh-Material. Also auch ganz weich, sehr robust. Wenn man den jetzt auf den Schultern trägt, können Sie natürlich auch in der Länge hier sehr schön verstellen, wenn Sie möchten. Und den kann man wunderbar dann auf dem Rücken tragen, wenn man mag. Kann den aufsetzen. Und dann kann die Tour beginnen. Also ein ganz, ganz schicker Rucksack, den man dann hat, wenn man dann da losläuft. Ja, und wenn man ihn mal nicht braucht, packt man ihn wieder klein zusammen. Für vier Euro. Und Sie dürfen bis zu fünfmal zugreifen, liebe Zuschauer. Vielleicht gleich zwei oder drei bestellen. Für den Urlaub noch einen mit. Für die Einkäufe einen vielleicht mit in die Tasche, ins Auto. Das ist ja perfekt für vier Euro, ne? Du, das ist ideal. Das sagt auch HR. Der sagt, für kleinere Wanderungen und zum Radfahren, auch für kleinere Einkäufe, ein wirklich tolles Produkt gut zu tragen, auf jeden Fall empfehlenswert. Und vor allen Dingen, er hat bestimmt für viel, viel mehr Geld das Ganze eingekauft. Und jetzt hier für vier Euro, das ist natürlich ein Hammer. Und das findet auch Philipp B. aus Weilheim. Ich finde dieses Produkt sehr praktisch für unvorhersehbare Einkäufe. Ich habe es immer beim Motorradfahren dabei. Das mit den unvorhersehbaren Einkäufen, das kenne ich. Man denkt, man geht nur mal spazieren und schon hat man die Taschen voll mit Einkäufen. Weil man da noch was gesehen hat, da war wieder was reduziert. Das kann man ja immer gebrauchen. Und dann fängt man an und kauft Tüten für 20 Cent, 25 Cent. Und zu Hause stapeln sich die Tüten. Das ist doch hier viel, viel umweltfreundlicher, oder? Natürlich. Vor allem, du hast es ja jetzt hier gesehen, was da reinpasst. 15 Liter Volumen haben wir hier. Und man kann es dann halt wieder ganz klein direkt in dieser praktischen Tasche dann verstauen. Wenn man es mal nicht braucht, das ist natürlich hier clever gemacht. Also wenn man ihn da nicht braucht, nimmt man ihn einfach wieder zusammen, stopft ihn quasi hier wieder in dieses kleine Täschchen rein, macht es dann wieder mit dem Reißverschluss. So, guck mal, wie schnell das... Genau, muss er auch nicht zusammenlegen. Nee, muss man nicht zusammenlegen, sieht man ja hier. Das ist ruckzuck da wieder in dem kleinen Täschchen drin. Schauen Sie, wie schnell das funktioniert. Zack, ist es da wieder drin. Und dann hat man wieder dieses kleine praktische Täschchen, wo dann der Rucksack direkt wieder drin ist. So klein und handlich hat man das dann immer wieder dabei. Und das jetzt für 4 Euro. Das ist doch fantastisch. Dank des Preisalarmes. Der Preisalarm hat wieder zugeschlagen. Bei unserem faltbaren Rucksack. Den kann man immer dabei haben. In der Handtasche, auf dem Gepäckträger, im Fahrradkörbchen. Der darf wirklich nicht fehlen. Also gerade so jetzt im Sommer, Herbst, wenn man vielleicht eine Radtour macht und findet vielleicht einen Apfelbaum. Da kann man doch ein paar Äpfelchen pflücken. Ach, Sie wissen schon, so einen Rucksack kann man immer gebrauchen. Und wasserabweisend ist er auch noch da unbedingt zuschlagen. Und das mache ich jetzt auch bei unserem nächsten Produkt. Sexy Blick von Diana. Dank dir. So. Uh, da haben wir was Technisches. Sicherungen. Kfz-Sicherungen. Und das gleich 150 Stück. Ah ja, das ist eine ganze Menge. Falls Ihnen im Auto mal wieder eine Sicherung durchbrennt, ist das jetzt kein Problem mehr. Denn hier haben wir ganz, ganz viele neue Sicherungen für Sie. Denn dank dem kompakten und voll ausgestatteten Flachsicherungs-Sortiment ist der richtige Einsatz schnell gefunden und im Nu ausgewechselt. Ja, das Set enthält nämlich 147 Autosicherungen mit dem gebräuchlichsten Ampere-Werten, ein Phasenprüfer, das ist der hier genau, und eine Einsteckhilfe. Boah, das ist ja eine Menge, was da drin ist, oder? Da schreibt Diana AG, sogar eine Frau, wenn man bedenkt, was eine einzelne Sicherung kostet, ist dies ein unglaubliches Angebot, welches jeder Autofahrer in seinem Werkzeugkoffer haben sollte. Gefeit für alle Fälle. Und da muss ich Diana wirklich mal Recht geben. Ich war unterwegs und meine 12-Volt-Ladebuchse vom Auto ging nicht mehr. Und da habe ich dann an der Tankstelle gehalten, weil ich brauchte unbedingt für mein Navi dann dementsprechend auch Akku. Und da habe ich an der Tankstelle gehalten, die hatten diese Sicherungen auch. Da war ich sehr, 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 sehr dankbar. Und ich habe für eine einzige Sicherung 5 Euro bezahlt. Für eine, ja, es war Sonntagabend, Tankstelle 5 Euro, eine Sicherung, jetzt 150 Stück für 5 Euro. Naja, da war ich ja sehr intelligent. Hier ist das einfach toll, da hat man alles mit dabei, vor allem allein so ein Phasenprüfer, der ist ja auch teuer, ne? Der ist hier schon mit dabei, Einsteckhilfe mit dabei, alles komplett hier. Und die ganzen Sicherungen, so was braucht man einfach zu Hause. Ja, das ist super, 150 teile ich das Ganze, ein Riesensortiment. Und dann hier auch noch schön sortiert, so einen Kasten kann man auch mal gebrauchen, wenn der mal leer ist. Dann kann man auch andere Sachen dann reinpacken. Finde ich super toll. Wobei, bis der leer wird, ich glaube, das dauert noch eine Weile. Oh, ja, wer weiß, ne? Kommt drauf an, kann man ja auch an Freunde, an Bekannte weitergeben, kann man ja auch aufteilen, wenn man möchte. Und die Herren, die das wahrscheinlich häufiger verwenden, werden wahrscheinlich jetzt direkt sagen, oh, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Sie dürfen da auch bis zu fünfmal zuschlagen. Also das ist ja überhaupt kein Thema. Ja, gerade die da im Kfz-Bereich dann wahrscheinlich häufiger mal was reparieren oder so. Vielleicht auch Freunden und Bekannten mal aushelfen. Da gibt es ja immer so den einen, der da dann so ein bisschen bewanderter ist und der dann auch immer hilft. Wir haben auch so einen ganz tollen Nachbarn bei uns zu Hause in Hannover. Der Michael, unser Nachbar, der hilft auch immer. Wenn irgendwas ist am Auto, ist der immer derjenige, der hat uns damals immer schon bei unseren Mopeds geholfen und so weiter. Und ja, der kennt immer alles und der hat auch immer solche Sachen zum Reparieren da. Also das ist wirklich einer, der kann das dann einfach. Und das ist super. Und der würde sich wahrscheinlich auch über so ein Set, der würde sofort sagen, oh, brauche ich einfach, ist genial, braucht man immer. Deshalb greifen Sie dazu, wenn man jetzt so was für fünf Euro bekommen kann. Na klar. Genial. Einfach unter den Autositz, ja, da kann nichts mehr schief gehen, kann man immer mal gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, es kostet gerade mal fünf Euro. Dann sollten Sie jetzt zuschlagen, NC 55, 75 und die 569. Ein kleiner Helfer in Not. Ja, das sollte die Reiseapotheke fürs Auto sein, ne? So was darf auf gar keinen Fall fehlen. Also immer und überall alles dabei mit dem Phasenprüfer, dann übersichtlich hier schön nochmal sortiert, wie sieht das in dieser kleinen Box hier, ach, das ist aber für fünf Euro, da überlegt man nicht lange, ne? Also wem so eine Situation schon mal gegangen ist, der so etwas brauchte, ganz dringend, der weiß genau, wie praktisch und nützlich so etwas sein kann. NC 55, 75 und die 569. Ja, Mensch, das geht ja hier Schlag auf Schlag mit tollen Produkten weiter. Möchtest du? Ja, ich hole mal das Nächste. Und Diana, du bist auch. Hi. Na? Danke. Eine kleine, schwere Tasche. Das ist was richtig Tolles. Das ist nämlich unser 24-in-1-Multi-Tool aus Edelstahl, das wir hier haben. Und zwar mit dem Bit-Schrauber-Set und dieser tollen Gürteltasche. Also hier komplett, da ist man bestens gerüstet. 24 Funktionen in nur einem Gerät. Jetzt hat man immer das richtige Werkzeug parat. Das ist natürlich so etwas, das man immer braucht. Genau, da hast du erst mal diese gesamten Bit-Aufsätze mit dabei. Das ist elf Schraubendreher-Bits, also dreimal Schlitzschraubendreher, dreimal Kreuzschlitzschraubendreher, fünfmal Innensechskant für Imbusschrauben mit Bit-Adapter und Aufbewahrungshalter. Alles komplett. Und dann haben wir natürlich hier dieses tolle Multi-Tool, wo diese vielen Funktionen dann sind. Ah, da kommt noch viel mehr. Ja, 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 ich zeige das mal hier. Ich mache das mal alles auseinander. Schau mal. Da hat man nämlich alles mit dabei, was man so möchte. Und wo kommen jetzt die Bit-Aufsätze drauf? Die kommen hier auf dieses, glaube ich, drauf. Dann, da kommt dieser Halter drauf, dieses Zusatz-Adapter-Ding. Genau, das musst du natürlich machen, wenn du es zugemacht hast. Also ich habe ja jetzt alle aufgemacht. Normalerweise würdest du dann bei deinem zum Beispiel nur diesen raus machen. Also drehst es um, machst es wieder zu und machst nur den einen raus. Und dann steckst du da die Bits drauf, den Adapter und dann den einen. Und das kannst du verdammt gut verwenden für zum Beispiel Camping, Garten, Auto, Fahrrad. Das ist so toll für alle Reparaturen. Und du hast hier natürlich alles mit dabei. Da ist ein großes Messer dabei, das kleine Messer mit dabei. Sehen Sie hier großes Messer, kleines Messer. Dann haben wir hier Schraubendreher, Flaschenöffner, Dosenöffner, Zange, Drahtschneider, Säge. Also alles komplett. Zange hier natürlich hier oben. Das ist toll aus Edelstahl. Man kann alles toll verwenden. Flaschenöffner braucht man ja immer. Und so sieht das natürlich aus, wenn es dann ausgefahren ist. Sie können aber dann natürlich auch alle dementsprechend einzeln verwenden. Ja und das in der Tasche noch, ne? Das in der praktischen Tasche dementsprechend. Das ist super praktisch dann gemacht. Die Tasche kann man sich auch an den Gürtel packen. Hier so, wo der Gürtel ist, kommt dann die Tasche rein. Und da ist man immer gut ausgestattet. Man hat alles dabei. Ja, Sie sehen das hier schön. Einfach Tasche zumachen. Und dann kann Ihnen einfach nichts mehr passieren, egal wo Sie sind. Sie haben ja immer das passende Werkzeug dabei. Also das ist toll. Egal ob auf Wanderungen oder unterwegs, ja, mit dem Rad unterwegs. So was kann man immer mal gebrauchen. 24 Funktionen für wirklich jede Gelegenheit. Das hier schön übersichtlich sortiert. Also man kennt ja Taschenmesser, ne? Die so komplex sind. Aber sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Finde ich toll. Genau, und du hast hier einfach alle Möglichkeiten. Das ist dann so, wenn du diesen hier rausnimmst, das ist dann für die Bits. Dann kommt hier der Adapter dann dementsprechend auch drauf. Und dann kannst du hier jedes deiner Bits dann dementsprechend verwenden, egal was du brauchst. Und das ist halt aus Edelstahl, ne? Das ist doch gut in der Hand, ne? Genau. Du hast halt richtig was in der Hand, kannst verdammt gut schrauben dann damit. Das ist wirklich schön gemacht. Aber natürlich dann auch die anderen Funktionen, was du dementsprechend nutzen möchtest. Richtig hochwertig. Wenn du hier Öffner haben möchtest, kannst du den verwenden. Oder natürlich auch eins der anderen Werkzeuge hier. Dann dementsprechend immer rausklappen, die anderen wieder reinklappen, dann wieder umklappen. Und du hast halt wirklich einen richtig, richtig tollen Griff dann da dran, ne? Also das ist richtig robust. Kann es halt schön zufassen, ne? Das ist halt super wichtig. Also sehr, sehr hochwertig gemacht aus rostfreiem Edelstahl. So was, das gibt es normalerweise nicht unter 20 Euro. Dass wir das jetzt hier für 5 Euro haben. Und Sie dürfen ja bis zu 5 Mal zugreifen. Ist auch ein super schönes Geschenk. Gerade halt mit so einem Bittaufsatz. Das ist ganz selten, dass man so ein Multitool in so einer Qualität bekommt. Und dann halt auch mit so einem Bittaufsatz, ne? Das braucht man, wenn man beim Camping unterwegs ist, mit dem Auto, beim Fahrradfahren. Da kann immer mal was sein, wo man sowas braucht. Ja, weil bei einem Taschenmesser hat man ja häufig zwar einen Schraubenzieher oder Dreher, wie man sagt. Aber meistens ist es dann nur eine verschiedene Größe, also einen Bittaufsatz. Und hier haben wir gleich wirklich mehrere verschiedene Größen und Funktionen für jede Gelegenheit. Und das ist ja das Schöne. Also das braucht man, das sollte man immer dabei haben. Ja, man kennt diese Situationen, wo man sich denkt, ach Mensch, jetzt ein Schraubenzreher. Oder jetzt eine kleine Zange oder jetzt ein kleines Messer. Solche Situationen haben wir doch alle schon mal erlebt, oder? Also da hier wirklich ganz, ganz schnell zugreifen. Vielleicht auch beim nächsten Produkt. Wir werden es wissen, sobald Diana uns ein Kiebchen bringt. Danke schön. Uh, ja, das sieht auch gut aus. Das sieht gut aus, denn das ist ein digitales Hykrometer und Thermometer. Und Achtung, jetzt kommt eine ganz große Besonderheit mit einem Schimmelalarm. Tja, damit überwacht man jetzt nicht ganz einfach und zuverlässig das Raumklima und beugt vor allem den gefährlichen Schimmel vor. Sie wissen ja, Schimmel ruft Krankheiten hervor. Und das natürlich in ihren eigenen Wohnräumen, Küche, Bad, Keller, Lagerräumen, Hobbyraum oder vielleicht auch mal einen Wintergarten. Denn dieses kompakte Klima-Messgerät zeigt übersichtlich an auf diesem richtig schönen großen Display die Temperatur und die aktuelle Luftfeuchtigkeit. Zusätzlich sieht man hier diese schöne fünfstufige Farbskala. Das ist nämlich der Komfortindex, die Anzeige. Das sieht man hier sehr, sehr schön. Und da sehe ich jetzt, ob mein Raumklima im optimalen Bereich liegt oder ob die Luft zu trocken ist oder ob die zu feucht ist. Und sogar rückblickend in den letzten zwölf Stunden kann ich hier schauen, war da alles im grünen Bereich. Denn man hat hier noch einen Minimum- und einen Maximumspeicher. Und der protokolliert dann eben alle gemessenen Tiefst- und Höchstwerte von Temperatur und Luftfeuchte. Das ist natürlich wirklich, wirklich toll. Man hat hier an der Seite diesen klappbaren Standfuß. Man könnte es aber theoretisch auch aufhängen. Das ist Ihnen dann überlassen. Und gerade jetzt so in Kellerräumen, wo man vielleicht auch mal die Wäsche trocknet, wo man vielleicht auch wenig lüftet, ist so ein Hykrometer wirklich ganz, ganz wichtig. Also finde ich toll, vor allem für fünf Euro, ne? Ja, definitiv. Und Sie dürfen ja bis zu fünfmal zugreifen, also vielleicht auch gleich mehrere bestellen. Du hast es gesagt, Lagerräume ist eine ganz wichtige Sache. Also Keller, Dachboden, Wäscheräume. Aber hier jetzt natürlich auch mal für Schlafzimmer vielleicht eins mitbestellen. Viele wundern sich, warum sie so schlecht schlafen. Das kann vielleicht auch an der Luftqualität bei Ihnen im Schlafzimmer liegen. Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Sollten Sie aber mal. Deshalb vielleicht einfach mal aufstellen. Und Sie sehen, bei uns ist es heute sehr warm im Studio. Wir haben es hier richtig kuschelig, 28 Grad. Aber die Luftfeuchtigkeit ist bei 50 Prozent, ist okay. Deshalb ist das hier auch im grünen Bereich. Deshalb haben wir ja auch bei der Komfortindex-Anzeige den grünen Bereich jetzt hier. Also das ist wirklich okay, obwohl es halt sehr warm ist. Aber das liegt halt auch an den vielen Scheinwerfern, die hier um uns herum sind. Wir können ja hier gucken, Maximum, Minimum. Wenn wir hier draufdrücken, sehen wir Maximum, ja das ist momentan, da hatten wir aber auch schon mal eine höhere Luftfeuchtigkeit. Und wenn man hier nochmal draufklickt, Minimum, da war das Thermometer wahrscheinlich draußen da irgendwo. Da hatten wir dann 13,9 und 21 Prozent an Luftfeuchtigkeit. Ja, das kann man immer sehr schön anschauen. Sie haben dann auch den Schimmelalarm mit dabei. Das ist so toll. Solche Produkte normalerweise liegen um die 30 Euro hier bei uns jetzt für fünf und Sie dürfen bis zu fünfmal zugreifen. Tun Sie das auch. Das ist so wichtig. Es geht da um die Gesundheit. Und da muss man einfach dann sowas zu Hause haben, um das ab und zu dann auch mal zu kontrollieren. Also da rate ich jedem wirklich, sich sowas direkt in mehrfacher Ausführung dann auch zu bestellen, in die unterschiedlichen Räume dann auch reinzustellen, um da einfach eine gewisse Kontrolle zu haben. Tja, und die gewisse Kontrolle bekommen Sie mit der NC7431 und der 569. Fünf Euro, ein tolles Produkt, weil es ist wirklich wichtig, dass man diese Werte im Blick hat. Ja, Thermometer kennt man, hat man vielleicht auch schon zu Hause. Aber ein Hygrometer ist natürlich enorm wichtig. Ja, zu hohe Luftfeuchtigkeit ist nicht gut, zu niedrig ist natürlich auch schlecht. Und deswegen hier unbedingt zuschlagen, wie auch bei unserem nächsten Produkt. Und das hat Diana bereits schon für uns in den Startlöchern. Ein rotes Paket. Dankeschön. Oh, 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 oh. Das kann man definitiv gebrauchen. Oh, ja. Oh, liebe Zuschauer. Ui, 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 ui. Da haben wir aber was ganz Besonderes für Sie. Wow. Eine Herrenarmbanduhr, ui, in diesem tollen Rosé-Gold-Look mit weißem Ziffernblatt und einem echt Lederarmband von St. Leonard. Schauen Sie sich das mal an. Das ist natürlich was ganz Feines. Oh, ist die schick. Wie toll. Schauen Sie sich alleine schon dieses Armband an. Also das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich finde, das zeigt so Eleganz. Das hat Stil, das hat Klasse. Und ja, also ich hätte jetzt, wenn ich jetzt die Uhr ausgepackt habe, hätte ich so gedacht, so 50 Euro bestimmt, hätte ich gedacht. Das wäre mein erster Eindruck gewesen. Also ich finde auch, die sieht unglaublich edel und elegant aus. In diesem unglaublich zeitlosen und schicken Chronographen-Look, muss man ja sagen. Da sehen wir es auch, St. Leonhard, Zeitinstrumente, eine Markenuhr von St. Leonhard. Und allein das spricht ja schon für ein sehr hochpreisiges Produkt eigentlich. Spritzwasser geschützt, selbstverständlich bis 3 ATM. Aber es hat ja das Lederarmband. Also da würde ich die natürlich dann auch ablegen, selbst zum Händewaschen an ihrer Stelle. Die ist richtig schick, also wunderschön, liebe Zuschauer. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 25 Euro. Und die dürfen wir jetzt hier für 5 Euro rausgeben. Das ist eine richtige Besonderheit. Muss man ganz klar sagen, hier jetzt direkt in die Leitung gehen. Die NC 5814 und die 569. Wir haben bei all unseren Produkten immer nur ein begrenztes Kontingent. Und die wird ruckzuck weg sein. Das kann ich Ihnen aber sagen. Die wird sofort ausverkauft sein. Ja, das glaube ich auch. Das ist eine Herrenarmbanduhr eigentlich. Aber ich muss sagen, die finde ich auch als Dame sehr, sehr schick. Also die würde ich auch als Dame tragen. Die hat ein japanisches Qualitätsquarzuhrwerk. Vollmetallgehäuse und dann dieses tolle Echtlederarmband. Einen Echtlederarmband, Anne, kostet ja normalerweise schon mindestens 10, 15 Euro. Mindestens, ja. Also jetzt haben wir die ganze Uhr hier für 5 Euro. Das ist ja eine richtige Sensation in dieser 5 Euro Überraschungshow. Die riecht auch schon so nach Leder. Kennst du das? Oh, herrlich. Ledergeschäfte reinkommt, dieser Geruch und so riecht diese Uhr auch. Liebe Zuschauer, das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, an so ein schickes Designermodell von St. Leonhard zu kommen. Und 5 Euro. Ich habe das Gefühl, wir zahlen da irgendwie drauf. Aber egal, Sie profitieren davon. Ja, eine tolle, tolle Uhr. Zeitlos schön. Übrigens, dieses Roségold ist dieses Jahr wieder topmodern. Das sieht man überall, ob Armbändchen, Ringe, Ketten, Ohrringe. Roségold ist wieder voll im Kommen. Ja, und dann noch in Kombination mit diesem schicken Lederarmband. Auch wenn man die trägt, die will man am liebsten gar nicht ablegen. Da will man am liebsten ständig auf die Uhr schauen und schauen, wie spät ist es, oder? Ja, das ist einfach eine traumhafte Uhr, liebe Zuschauer. Die muss man haben. Also selbst, wenn Sie jetzt vielleicht auch eine Dame sind, die zuschauen, dann können Sie sich die selbstverständlich selber bestellen oder dann natürlich auch weiter verschenken. Das ist überhaupt kein Problem, auch wenn die hier als Herrenarmbanduhr dann bezeichnet wird. Ich finde, die kann man auch als Dame problemlos tragen. Ist kein Thema. Und die ganzen Herren können natürlich jetzt hier profitieren und direkt zugreifen. Wunder, wunderschön für 5 Euro. Gleich in die Leitung gehen. Nicht, dass die weg ist dann. Da kann es direkt passieren. Und das war schon in vielen 5-Euro-Überraschungs-Shows jetzt so, dass direkt der rote Balken durchgegangen ist und dann ein Ausverkauf dann da stand. In die Leitung gehen. 0,1, 8, 0, 51, 51, 3 mal die 2. Und sich für 5 Euro diese tolle Herrenarmbanduhr von St. Leonard sichern. Die NC 58 14 569, Ihre Bestellnummer. So was ist natürlich stark nachgefragt. Und denken Sie auch an den tollen Rucksack, den wir im Preisalarm hatten, den wir Ihnen gezeigt haben, der nur 4 Euro jetzt gekostet hat. Der ist natürlich auch stark nachgefragt. Das ist auch eine tolle Sache. Deshalb da gleich mitbestellen. Da dürfen Sie dann auch natürlich mehrere direkt bestellen, wenn Sie möchten. Es ist so schön. Wir haben so tolle Produkte hier in dieser 5-Euro-Show heute. Wahnsinn. Man wirklich nicht vermuten würde, dass wir die für 5 Euro wirklich hier raushauen dürfen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja fast geschenkt. Eine Herrenarmbanduhr mit Echtlederarmband. Und das natürlich in diesem schicken Rosé-Gold. Und das für 5 Euro habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Also eine Plastikuhr, ja, habe ich schon mal für 5 Euro gesehen. Aber nicht so eine schicke Uhr, ja. So, möchtest du noch mal zuschlagen? Ach komm, mach du mal. Okay, los geht's, liebe Zuschauer, mit dem nächsten Produkt. Und dann ist das schön. Vielen Dank. Schauen wir mal, was da in dieser Riesenbox ist. Kann man noch nicht. Ah, ich sehe schon, ich weiß es, ich weiß es. Ein Gring-Anzündkamin für Kohle und Briketts. Jetzt wird es gemütlich. So, sowas im Baumarkt zu finden gibt es, aber nicht für 5 Euro. Denn somit sorgen Sie schnell für ideale Blut. Und mit dem Anzündkamin sind Kohle und Briketts im Handumdrehen bereit fürs Grillvergnügen. Die gibt es von einem Hersteller, Namen dürfen wir jetzt nicht sagen, die kosten 50 Euro. Ja, hast du auch, ne? Ja, ne? Also ich glaube, das ist momentan so der Marktführer. Die sind toll, aber ehrlich, für sowas so viel Geld auszugeben. Und bei uns für 5 Euro, das ist nämlich eine kinderleichte Anwendung, ja. Kohle oder Briketts einfüllen und anzünden. Und dank Kamineffekt haben Sie in wenigen Minuten die perfekte Glut. Ja, das geht wirklich ganz, ganz schnell, ne? Ja, es ist super und man möchte die immer haben. Und wie du sagst, die sind so teuer. Man sieht die immer und dann denkt man sich, oh, jetzt 50 Euro dafür? Nee, komm, da stehe ich weiterhin mit meiner Pappe vorm Kamin und wedelt ja weiter. Oder vorm Grill, ne? Haben Sie ein bisschen Ausschritt gemacht. Da wird immer, haben wir noch irgendwo ein Stück harte Pappe und dann steht man vorm Kamin und wedelt weiter. Oder es wird irgendwo eine Steckdose gesucht und ein Verlängerungskabel. Und dann mit dem Föhn irgendwie der Grill weiter angeföhnt. Das ist die Lösung. Schauen Sie mal, da sind unten diese Löcher drin. Und das ist auch in so unterschiedlichen Ebenen gemacht, ne? Sodass man hier oben dann die Briketts oder die Holzkohle dann reinmachen kann. Geht beides. Also für Holzkohle und Briketts macht man hier oben rein. Und dann wird das angezündet. Und hier unten ist aber noch Spiel. Und dann durch diese Löcher, die hier unten drin sind, zieht die Luft dann hier unten quasi rein. Stellt man dann einfach quasi auf den Grill dann drauf. Und dann zieht die Luft hier unten rein. Fährt hier unten durch. Und dadurch wird dann die Holzkohle oder die Briketts, die hier drin sind, die dann angezündet sind, ganz toll empfacht. Und das wird dann richtig schnell alles heiß. Ja, das ist super toll gemacht. Sie können auch hier dann toll anfassen, können das dann in den Grill ausleeren. Das ist richtig, richtig schick und sehr, sehr hochwertig. Sie sehen das auch, ne? Von der Machart toll gemacht, sehr elegant gemacht auch, ne? Nochmal extra geschützt hier natürlich auch mit dieser Platte vorne weg. Also ein schnelles Durchglühen durch diesen Kamin-Effekt, das Sie dann hier auch haben. Dieser tolle Grill-Anzünd-Kamin für Kohle und Briketts. Zugreifen heißt es da. Ganz, ganz schnell, vor allem für 5 Euro. Weil sowas kommt garantiert nicht wieder. Das ist so ein Top-Produkt. Also das ist wirklich ein ganz stabiler Holzgriff auch. Und dann hat man hier diesen Hitzeschild, ja? So, damit man sich nicht verbrennen kann. Wir haben an alles gedacht, liebe Zuschauer. Und wir haben natürlich auch gedacht, dass es für jeden bezahlbar ist. 5 Euro. Wer auch immer schon mal davon geträumt hat, diesen Grill-Anzünder sich zu kaufen und dann im Baumarkt vor den Regalen standen mit großen Kula-Augen und dachte sich, ach, wäre das nicht schön, wenn ich mir das jetzt mal kaufen könnte. Und wir machen es möglich, 5 Euro mit der NX5582 und der 569. Wir liefern alles mit. Das ganze Montagematerial, Schräubchen, Muttern, Holzgriff, alles ist dabei. Und dann können Sie wieder losgrillen, denn hiermit haben Sie wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt. Ja, so ein ganz schnelles Durchglühen. Und ob Sie jetzt Holzkohle haben oder Briketts, spielt gar keine Rolle. Das funktioniert wirklich wunderbar. In Sekundenschnelle können Sie dann mit dem Grillen loslegen. Sie müssen nicht mehr mit der Pappe wedeln. Sie müssen nicht mehr föhnen. Das erledigt ab sofort hier dieses kleine Gerät. Ja, es ist super. Und jeder, der gerne grillt, der das liebt, der braucht das jetzt auch einfach. Deshalb, Sie dürfen ja bis zu 5 Mal bestellen. Vielleicht gleich für einen guten Kumpel, für einen Freund mitbestellen. Weil der hat das bestimmt auch noch nicht. Und hier ist das in dieser Top-Verarbeitung, für den gleich mitbestellen. Hat eine unverbindliche Preisempfehlung auch hier vom Hersteller von 30 Euro. Das müssen Sie sich mal überlegen. Normalerweise 30 Euro und Sie kriegen es jetzt für 5, wenn Sie schnell anrufen. Deshalb jetzt schnell doch mal durchklingeln. NX 5582 und die 569 jetzt aber ganz schnell bestellen, bevor es weg ist. Das ist jetzt, ne?